Hm, hier riecht es aber komisch. Woran könnte das nur liegen? Wahrscheinlich an den neuen Partner von Laila. Tja, nachdem wir quasi im letzten Part ja tragischerweise und wirklich auf unfairester Weise Harry verloren haben, ist ein neuer Partner für Laila eingesprungen, der sich gedacht hat, ich muss jetzt Laila beschützen. Leider riecht er ein bisschen streng, aber ja, es ist Morgon quasi Sven. Ja genau, so habe ich dich getauft. Und ja, das Item, das kannst du gerne bei dir behalten, interessiert mich nicht. Das ist eh nur irgendwelcher Schnickschnack von vorn bis hinten, interessiert mich mal ganz und gar nicht. Ja, ich habe mich für Sven, für das Morgon mich entschieden. Das wird quasi jetzt der neue Lebenspartner von Laila werden. Hoffentlich vertragen sich die beiden untereinander. Also, ich habe natürlich offscreen noch ein klein wenig trainiert, alle so auf Level 20. Bis auf Mike hat ja schon Level 21 ja schon längst erreicht. Denn ich denke, es ist jetzt schon mal so an der Zeit, mal so ein gewisses Level-Limit für mich zumindest mal zu setzen, was hier quasi die Gleichberechtigung von anderen betrifft. So, Sven selbst. Er ist natürlich sehr scheu diesbezüglich, das wissen wir bereits. Aber nicht zu unterschätzen ist natürlich, dass Sven eine doch ziemliche merkwürdige Attacken-Geschichte hat. Also, so heißt er, der kann die meisten selbstzerstörenden Attacken erlernen, wobei er natürlich ja keine einzige davon erlernen wird. Aber im Speziellen ist natürlich Sven hier schon ein bisschen besser dran als physisch. Zwar und zwei Punkte, aber naja, sei es mal nebensächlich. Deswegen hat er Matschbombe gelernt bekommen. Donnerblitz. Donnerblitz kann ich mir natürlich jederzeit wiederholen, also kein Stress. Und Gewissheit hat er von alleine gelernt, also da kann er schon mal hier Psycho- und Geist-Pokémon schon mal zeigen, wer hier der Oberboss ist. Vorausgesetzt, die kommen nicht mit einer Ultra-Psycho-Attacke auf Doom. Und die Attacke ist doch das Einzige, was er quasi noch übrig hat. Die anderen Attacken, die haben mich einfach alle rausgeschmissen, was das Zeug hält. Braucht sowieso kein Mensch. Hm. Ist natürlich fraglich, ob Sven hier eine sehr gute Wahl war oder nicht. Auf jeden Fall, Clary, du möchtest von mir etwas haben. Zumindest eine Information interessiert mich dich, deswegen lass mich das schön stecken. So, ich war auch nebenbei ja noch ein klein wenig noch einkaufen. Und die, also die Trainee-Einheiten auf der Route 37 und 36, das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Route 37 beim Trainieren. Was findest du hier? Du findest hier noch wilde Simsala. Du findest hier Girafarik und noch diverse andere ententwickelte Pokémon, wo man sich denkt, was zur Hölle. Natürlich hier nicht, wenn natürlich das Smurron mit dabei ist. Das gibt natürlich nicht. Also quasi Sven, diesen Namen, den muss ich mir erstmal einbringen. So, und auf der Route 36, statt einem Schwalbini, wenn es natürlich eher aufgetaucht wäre, dann hätte ich da die Chance gehabt, mir einen Knilz zu fangen. Ein Knilz, was dann später zu einem Kappilz wird. Ähm, der, also der Kampfpilz schlechthin, sagt man ja. Und es bietet sich natürlich auch an, dass quasi, ja, so ein Kappilz, oder eher gesagt ein Knilz, nicht nur mit Spuren wird, sondern auch mit Aufheber kommen kann. Und das bedeutet natürlich dann, Holler die Waldfee, denzufolge machen dem dann so gut wie keine, ähm, Statusattacken irgendwelchen Sinn, glaube ich. Oder war das nur bei Vergiftung, was ihm da keinen Schaden macht? Naja, hätte vielleicht auch sein können. So, mal sehen, Explosionen brauchen wir sowieso nicht, deswegen wurde das erstmal gleich instant verkauft, was das Zeug hält. Habe ich hier, stimmt, Megablock können wir verkaufen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier 3.750 Probe-Dollar für Explosionen kriege. Nur gut, was soll ich, bin ich wenigstens mal diese wirklich unnützte Ember los. Irgendwann später habe ich sogar dann nochmal die Möglichkeit, diese zu kriegen und dann instant wieder zu verkaufen. Aber egal. So, ich mache aber heute mal einen kleinen Backtracking-Abstecher, denn wir haben ja im letzten Part hier Bill getroffen. Und der hat ja gesagt, wir sollten uns ja nochmal in Tukata City uns blicken lassen. Zwar nur indirekt, aber egal. Das heißt, ich lege jetzt mal ein Team mal ab. Wie wäre es... Ja, komm, ähm, wir legen mal kurzzeitig... Na, komm schon. Sven, als auch Leila legen wir mal ab, denn ich möchte mir heute zwei geschenkte Pokémon mehr abholen. Warum nicht? Ich meine, geschenkte Pokémon nehme ich doch immer mit. Da... Oh, warum nicht? Da bin ich doch relativ gut bei Sinnen. So, was sagen eigentlich meine Pflanzen? Okay. Da blüht noch nichts auf, also lassen wir das mal schön stecken. So, mal sehen. Wir kriegen also ein Evoli geschenkt. Und... Ähm, ein weiteres Habitag kriegen wir geschenkt. Ja, okay. Geschenkte Pokémon dürfen hier, wie gesagt, behalten werden. Also bin ich diesbezüglich nicht abgenächt, diese beiden Geschenke anzunehmen. Ach stimmt, warte mal. Ja, hm. Jetzt habe ich ja keinen Zerschneider bei mir. Warte, wer könnte denn zur Not... Nur zur Not... Dennoch Zerschneider erlernen. Das könnte... Nur Giselle? Ach nee, Peter, dir! Dir, dir, dir habe ich den Zerschneider gegeben. Ich dachte... Ach nee, Harry, habe ich doch gar nicht Zerschneider... Hier, habe ich doch gar nicht Zerschneider gegeben. Konnte er doch sowieso nicht lernen. Stimmt. Ja, okay, das war eine leichte Fehlenverpretation von mir. Aber na gut, was soll's. Nehmen wir einfach mal so in Kauf. Nicht wahr, liebes Weberack? Ey, wie gut, dass du hier nicht gekommen bist. Äh, ja, Weberack. Das wäre auch so ein richtiger Zonk gewesen. Klar, Ariadus, später. Okay, könnte ich schon bemerkbar machen. Oh, Ninja Tom, hallöchen. Soll ich dir mal was sagen? Wenn du... ...ein Geschlecht hättest... ...dann... ...könnte ich dich fangen wollen. Andererseits, warte mal, du bist Käfergeist. Und das heißt... ...äh, ich kann Biss entsetzen. Deine Wunderwache nützt dir mal absolut gar nichts. Genauso bin ich wie dein 1KP. Deswegen, wie viele Erfahrungspunkte... Naja, gut, 162 ist jetzt nicht groß in die Welt. Aber hui, Ninja Tom findet man auch hier. Hm. Da bin ich ja jetzt immer noch am Überlegen. Was wäre eigentlich, wenn ich irgendwann mal das Ninkada mal reinnehmen sollte? Wobei, was für ein Geschlecht hatte der? Vielleicht nochmal weiblich oder was männlich? Hm. Weiß ich jetzt nicht mehr auf Anhieb. Jedenfalls... Ähm... Habe ich den Faden verloren. Verdammt, was wollte ich sagen? Ach, stimmt. Ähm... Sollte es sich für mich natürlich dann die Gelegenheit geben, ein Pokéball noch bei mir zu haben... ...und dann noch ein freies Teammitglied... ...dann kriege ich ja sowohl Ninjask als auch Ninja Tom. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, was würde ich dann mit diesen entwickelten Ninja Tom dann machen? Ich glaube, ich würde es... Naja... ...auf die Box legen oder aus Kulanzgründen freilassen oder was auch immer. Weil Ninja Tom, okay. Käfer Geist hat dafür fünf Schwächen und mit Wunderwache ist es immun gegen sämtliche anderen primären Attacken... ...außer irgendwelchen Statusattacken, aber naja, gut. So, Evoli, was wollen wir dir denn für einen Namen geben? Mein weibliches Evoli, mal sehen. Habe ich im Übrigen irgendwelche Evolutionssteine? Ich glaube an sich nicht. Hm... Also mit Evoli muss man behutsam umgehen. Insbesondere, was dann auch die Evolution dann betrifft. Momentan stehen mir ja fünf Evolutionen mehr zur Verfügung. Aber sei wie sei Haferbrei. Ähm... Dir gebe ich den Namen... Ähm... Ähm... Mandy... So. Ja, laut Professor Lund kann er über die Rückwicklung sieben verschiedene Gestalten annehmen. Aber nicht hier. Denn hier gibt es keinen Grasstein... Äh, keinen Moosstein, als auch keinen Eisstein. Deswegen kriegen wir hier niemals ein Folipoba oder ein Glaciola. Aber na gut. So, Angsthase, Rotenschlag, Teckel, rechte Hand. Okay. Okay, das war schon mal Geschenk Nummer eins. Aber nichtsdestotrotz. Also ich werde demzufolge auch nicht explizit meine Leiste mal kurzzeitig diesbezüglich aktualisieren. Hat er ja eh keinen großartigen Sinn. So. Und auch generell keine großartige Relevanz. So, und ich möchte von dir bitte etwas. Hör mal, ich hab neulich Post von einem Freund bekommen. Ich hab ihm auch schon eine Antwort geschrieben. Aber ich komm hier leider nicht raus. Natürlich kommst du hier nicht raus. Wo willst du hier bitte schon rauskommen? Naja, egal. Würdest du den Brief für mich zustellen? Er hält sich gerade auf gute 31 auf. Natürlich tue ich dir den Gefallen. Klasse, vielen Dank. Ich erhalte das Habitag. Und das wird auch jetzt mein geschenktes Pokémon sein. Alles, was ich dafür tun muss, ist nur den Brief von Sirin, okay, zu entnehmen und diesen einfach mal irgendjemand anderem zu geben. So, geben. Brief. Hä? Wo ist denn der Brief hin? Ach, sag mir jetzt nicht. Der Brief wurde jetzt in die Briefbox gelegt und ich muss mir den jetzt erst holen. Echt jetzt? Das will ich mir mal anschauen. Ähm, Items bewegen. Ne, warte mal. Äh, warte, warte, warte. Ach, hier, Brief. Also hier, PC. Genau, hier muss ich hin. Und da, Briefbox. So. Was soll mit dem Brief geschehen? Denn ich gebe den mit. Und zwar gebe ich den Mandy. So, Mandy wird demzufolge jetzt diesen Brief bei sich tragen. Und demzufolge habe ich demzufolge noch ein weiteres geschenktes Pokémon. Tralali, tralala. Warum nicht? Also machen wir uns doch nochmal einen kurzen, ja, Umweg auf Richtung Route 31 auf. Wie ja, ja, diesem Herrn hier mitgeteilt wurde. Und dann kriegen wir noch unsere geschenkte TM. Ich glaube, Erholung. Na gut, Erholung. Wüsste ich jetzt nicht, zu welchem Sinn und Zweck ich Erholung bräuchte. Also lassen wir das erstmal weg. So, was kommt denn jetzt hier so feines rein? Denn wir haben schon wieder einen Ninja-Turm. Ey, kaum ist es Nacht und schon kommen hier die ganzen unschuldigen Bengel hier zu Gesicht oder was. Na gut, was so ist. Ja, dann kann wenigstens Giselle hier mal zeigen, was dieses Ninja-Turm so drauf hat. Nämlich gar nichts, außer Zack-Belag. Naja. Hallo Ninja-Turm, du möchtest mich gerne unbedingt weiter nerven. Aber weißt du was? Ich werde dich einfach mal schön wegbeißen. So, tschüssi, Kowski, Ninja-Turm. Ninja-Turm, das macht schon was her. Aber naja. Sagt mir jetzt nicht, es kommt vielleicht noch wein, Ninja-Turm. Wohl, Menki hätte ich ja auch noch kriegen können. Ey, so ein Menki wäre hier doch richtig Knorkel gewesen. Also ganz ehrlich, so ein Menki, warum nicht? Da hätte ich jetzt gesagt, yo, nehme ich. Vorausgesetzt, es wäre auch wirklich als allererstes gekommen. Naja, gut. Nehmen wir den in Kauf. Fertig. Aber vielleicht kriege ich ja noch irgendwann irgendwo ein weiteres Menki? Fragezeichen? So, eventuell, ich weiß nicht. Kann sein. Fragen über Fragen, wir werden es wohl nie erfahren. So, Route 31. Ähm, ich glaube, ich werde doch mal zeitweise noch mal das Fahrrad noch mal nehmen. So, registrieren. Und aufsteigen. Ich habe jetzt echt keinen Bock jetzt die ganze Zeit jetzt hier zu rennen. Zumindest, klar, mit dem Rennen wäre ich ja weiter schneller als natürlich mit, äh, ja. Ohne Rennen, aber, naja, gut. Sind wir doch mal ehrlich, die Bequemlichkeit, die holt uns doch irgendwann mal ein. Nicht wahr? Äh, ich will was lesen, was jemand auf Papier geschrieben hat. Ein Brief oder so. Natürlich, hier, Mandy. Oh, hey, das ist ein Brief von meinem Bekannten. Oh, die Sprache, man könnte jemand anderem. Ja, mir zum Beispiel. Hier, nimm es zurück. Ich übergebe dir nur den Brief, Dankeschön. Mein Schöhn, vielen Dank für deinen Brief. Unser Abenteuer war spannend. Aber an mit diesem Schubball kann ich mich da über dich anfreunden. Das steht da. Ich habe ja vor kurzem mit ihm eine Exposition in der Duckelhöhle gemacht. In dieser Höhle gibt es den direkte Weg zu einem anderen Weg. Ach stimmt, Duckelhöhle muss ich auch noch mal lang, sobald ich Stärke habe. In Ordnung, da möchte ich mich da für Rehmanchen. Hier, das ist für dich. Die TM44 enthält... Erholung. Sie erhält natürlich die Attacke Erholung. So erlaubt deinem Pokémon, sich eine Gänze verschlafen zu nehmen und teilt sie auf diese Weise seine Kacke. Holger, was willst du? Du kommst gerade ungünstig, aber egal. Guten Abend, noch wach. Meinst du, den Billigart will immer stärken? Genau, wir sprechen. Ich habe übrigens gestern in der Kamera entweder Toxiquack... Stimmt, Toxiquack. Genau, das gibt es auch noch auf der Route 36. Wilde Toxiquack können da noch auftauchen. Und klar, okay, so ein Toxiquack wäre an sich auch nicht verkehrt gewesen. Ich meine, so einen giftigen Kämpfer, schön und gut. Aber die vierfach Schwäche in Sachen Psycho... Nein, einfach nur Nein. Und das aus gutem Grund. Also... Ich würde mich da schon ein bisschen sehr hüten wollen, ein Toxiquack zu haben oder generell zu trainieren. Oder auch dessen Vorstufe, Klippunkel. Naja, sei wie es sei. So, unser Team haben wir wieder zurück und... Ja, komm. Wir fahren jetzt noch ein bisschen Fahrrad und ich glaube, ich hole mir jetzt noch eine weitere TM... Äh, ne, nicht TM, eine VM. Ähm, und ich glaube, dann mache ich gleich nochmal zurück zur Dunkelhöhle. Würde ich zumindest sagen wollen. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Ach, ich werde es ja gleich sehen. Oder mich zumindest gleich dafür entscheiden. Auf jeden Fall. Hallo, Anurit. Dich hätte ich hier auch kriegen können. Aber Anurit... Ach komm, weil du es bist. Zertrümmer. Los geht's. Du bist sogar noch sehr schnell. Das soll mir fast wiederum egal sein. So. Okay, macht normalen Schaden. Aber komm hier, ein weiterer Zertrümmer. Und du bist eh Geschichte. Da kannst du auch mit deiner Aquaknarre kommen. Juckt du Selma ganz und gar nicht. Hier, ein Zertrümmerer. Und tschüss. Aha. Ach, das macht Spaß. Und zwar in vollen Zügen. Und, was kommt jetzt noch? Egal, was kommt. Nicht wahr, Hutwut? Vor dir habe ich jetzt keine große Bedenken zu kämpfen. Deswegen haue ich ab. Keine große Bedenken, deswegen haue ich ab. Ja, das war jetzt ein bisschen leicht widersprüchlich Paranoia. Aber sei wie sei, Herr vorbei. Es hat sich jetzt einfach mal so ergeben, weil ich es gerade unbedingt so wollte. Denn ich wollte unbedingt wissen, ob ihr eigentlich auch so fein aufpasst für das, was ich hier sage. Ja, okay. Das war die Standard-Ausrede. Du nix. Aber naja. Sei wie es sei. Ich will jetzt her. drüber rauf, würde ich sagen. Nee, ähm, Stärke haben. Denn ich möchte sehen, wer kann Stärke erlernen und wer ist in der Lage, Stärke auszuüben. Route 42. Im Übrigen auch eine komplett neue Route. Vielleicht nehme ich mir da diese Mal ein anderer Muffer. Auf jeden Fall dich wollte ich haben. Oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Das habe ich doch glatt an den passierenden Trainer umgerempelt. Bist du auch nicht verletzt? Hier, nehmt das jetzt wieder Gutmachung. Und jetzt sei tapfer und weide nicht. VN04. Sehr schön. Die Attacke darin nennt sich Stärke. Natürlich. Das habe ich gewollt. Das habe ich gebraucht. Das habe ich gesucht. So, Stärke. Preisfrage. Wer kann Stärke erlernen? Ähm, wo habe ich denn Stärke? Achso, stimmt. VNH. Deswegen ziemlich weit hinten. Sieh es, Let'schit. Das könnte bestimmt Peter erlernen. Ja, Wolski. Peter. Du wirst Stärke erlernen. Und ich glaube, dafür hauen wir... Obwohl, warte mal. Du hast ja schon Zerschneider schon hier drin. Hm. Also entweder haue ich Kratzer raus. Oder Gähner oder Tucketieb. Oder springe es gar nicht. Ach, komm. Hier, Kratzer kann weg. So. Eins, zwei und schwupp. Kratzer vergessen. Und erlerne Stärke. Perfekt. Ach, ist das schön. Und was haben wir hier für ein Item? Gigastoss. Ja. Okay. Gut. Aber Gigastoss, das werde ich mal überhaupt niemandem beibringen. Das werde ich höchstens verkaufen. Okay. Gut. Dann mache ich jetzt mal hier einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich vor dem Eingang der Dunkelhöhle wieder. Also bis gleich. Und als man sich versieht, bin ich hier vor dem Eingang der Dunkelhöhle. Na gut. Wir waren ja schon einmal hier drin. Und haben natürlich hier Peter gefunden. Deswegen soll es mir mal vollkommen egal sein, was hier gegebenenfalls noch auf uns hätte kommen können. Denn Schutz des Glücks macht schon erst einmal den ersten Streich. Und der zweite folgt mit Laila zugleich. Also Laila, setz doch mal bitte deinen Blitz ein. Dankeschön. So, hätten wir das erledigt. Und Laila, habe ich das richtig gesehen? Du hast noch Lockduft. Wann hast du denn das erlernt? Habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Äh. Oder habe ich das unbewusst durch irgendeine andere Attacke ersetzt? Eigentlich nicht. Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Ne, da sind wir noch Blubber und Rucksackieb. Wahrscheinlich hast du das einfach mal so erlernt. Na gut. Soll mich jetzt nicht großartig stüren. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal hier ganz gepflegt durch. Zertrümmere diesen Felsen hier weg. Also Giselle, tu deine Pflicht. Ui, und dann wird das Pumor und taucht hier auf. Okay. Ein Mammfaxo hätte ich hier kriegeln können als Alternative von Peter. Mammfaxo, ja. Okay, gut. Ähm, ja. Hm, schön. Naja, sei wie es sei. So. Peter, setze erstmal deine Stärke ein. Das machst du schön, das machst du fein. Wunderbar. So, ich könnte nach oben und ich könnte auch nach unten. Ich mach erstmal hier generell nach unten. Schutz wirklich mir, mir egal. Den Rest gehe ich einfach so hier entlang ohne Gefahr zu laufen. Dass mir noch irgendwer mehr reinlatscht, wollte ich natürlich sagen. Und was kommt jetzt noch? Kikuki, okay, gut. Kikuki ist jetzt auch nicht gerade. Viel besser. Obwohl, wenn ich mir mal jetzt mein Team mehr anschaue. Drache, Elektro, Normal, Wasserflug, Wasserkäfer, Gift. So gesehen habe ich keinen richtigen Pflanzentyp. Keinen richtigen Feuertyp. Hm. Das ist schon eine interessante Wende. So. Route 46. Und ich darf mich jetzt entscheiden, welchen dieser Wege gehe ich. Ich gehe zuerst den hier lang. Damit wir diese Trainer auch ganz leicht beseitigen können, würde ich doch zumindest mal sagen wollen. Sven und Lila. Ihr kommt mal nach vorne. Und dann wird der herausgefordert. Und dann mache ich quasi nochmal einen Schnitt. Sven da nochmal oben. Und dann mache ich quasi noch die linke Seite. Und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Wenn auch etwas leicht überzogen. Aber sei erst mal egal. So, nicht wahr, Ludwig? Ha, Menki. Guck mal, Sven lacht sich hier ins Fäustchen. Ähm. Was hältst du von einer gepflegten Matschbombe, wenn du mit einem Silberblick fertig bist? Der kann mir mal recht herzlich wenig. Denn Sven hat doch eine ziemlich starke physische Verteidigung. Deswegen würde ich mal sagen, kann Sven hier doch wunderbar agieren. Und Krabi, pff. Tja, Krabi, ich bitte dich. Dass du natürlich fünf Pokémon hast, finde ich jetzt nicht gerade so Bombe. Weil dann wird natürlich dieser Bart etwas leicht in die Länge gezogen. Aber na gut. Nehmen wir einfach mal so in Kauf. So, Krabi, du bist besügt. Das wissen wir. Sven rollt hier auf und kriegt noch eindeutig ein Level ab. Deswegen kommt noch ein zweites Krabi rein. Weil es möchte auch unbedingt ganz gerne mit Elektrizität in diesen Pokémon wieder zurückkommen. Aber natürlich, hier bitteschön. Sven tut seine Ehre doch aller... Äh, Macht. Wart mal, hab ich hier vielleicht irgendwie ein Item? Äh, was hier Spezialattacken erhöht? Wart mal. Äh, hab ich eigentlich das Item Schlauglas? Wenn ja, dann könnte ich das zu Sven geben. So. Sepa, ja, pff. Kehakt. Guck mal, hier, Donnerblitz. Und Sepa ist an sich auch... Oh ja, ein schönes Pokémon. Und sollte man dann irgendwo mal eine Dragenhaut finden, dann haben wir ein wunderbares Seetraking. Aber na gut. So. Und ein Myrapla kannst du noch reinschicken. Pff, bitte kehakt. Also Sven hat sich jetzt mal ein bisschen aufgewärmt. Deswegen hier eine Matschpumpe. Neutral effektiv. Deswegen macht er schon ein bisschen Schaden. So, tschüss, Myrapla. Haha. Und so weiter. Gut. Noch mal ein kleiner Schnitt. Und dann bis da oben. Also. Fikus-Pokus. Auf geht's. Linke Seite muss noch erforscht werden. Und ich glaube, ein Doppelkampf. Warte mal. Kann ich euch wunderbar zu einem Doppelkampf nehmen? Ja. Kann ich euch. Gut. Hoffentlich bereue ich das jetzt nicht. Hahaha. Weil ich meine, der aller... Ne, warte mal. Das war nicht der allererste Doppelkampf in diesem Spiel überhaupt. Aber quasi der Doppelkampf vom letzten Mal. Der hat schon ein klein wenig gezeigt, ja, wie gefährlich das werden kann. So, Corazon und Hydro-P. Wasser und Wassergestein. Gut. Ich denke, Sven kann hier... Naja. Zeigen, wer hier eigentlich aus welchem Holz gestitzt ist. Wobei, aus welchem Holz eigentlich... Naja, egal. Deswegen Blubber als auch Donnerblitz. Nicht effektiv, wissen wir. Und normal effektiv. Bei Corazon. Aber na gut. So. Jetzt kommt der Donnerblitz des Todes. Bäm, 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 bäm. Tschüss, Hydro-Pi. Haha. Sehr schön. So. Und mit was kommt Corazon? Herd noch. Stimmt, Corazon ist ja auch von Typ Gestein. Also ja, genau. Wassergestein habe ich ja schon vorhin gesagt. Aber egal. Du hättest auch mit Walzer kommen und damit leider gravierenden Schaden hinzufügen können. Aber na gut. Hier kommt erstmal der Blubber. Hier kommt der Blubber. Und der Donnerblitz kommt hinterher und krill dich mal ordentlich, was das Zeug hält. Deswegen Corazon. Tschüss. Haha. Kommt jetzt noch einer rein? Natürlich. Achso, ja. Tauburger. Na gut, Tauburger will ich nicht unterschätzen. Ich meine, es kann hier bestimmt schon einen Flügelschlag. Und das wird es leider. Hm. Also müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich blitzig dich. Ach, Adelaugen. Okay, soviel zu meiner Annahme von Blitz und so. Okay, und du hast auch nicht Flügelschlag, sondern nur Windstoß. Ich dachte, du hättest Flügelschlag gehabt. Egal. Tauburger, du bist Geschichte. So, sehr schön. Sehr schön. So, ihr beide seid besiegt. Was? Natürlich. Nein, das ist so erniedrigend. Tja, mir egal. So, diese Niederlage war schwer ein Schlag für mich. Ich muss nochmal gegen mich, äh, gegen dich anstrengen und so weiter. Gebt mir deine Hände vor, aber ich will nochmal gegen dich kämpfen. Aber natürlich. Das machen wir doch sehr gerne. Oh, nein. Ruf mich an, wenn dir nach einer neuen Herausforderung ist. Und was ist, wenn ich jetzt, dich einfach jetzt hier anrufen würde und so? Ich meine, Sven hat bestimmt nichts dagegen oder so. Na gut. Ein Fatum-Knoten. Ja, okay. Können wir mitnehmen. Wenn der Gegner, also wenn der Anwender vernarrt wird, ist auch der Gegner vernarrt. So, mal sehen. Habe ich... Nö. Schade. Ich dachte, ich hätte hier... Mal... Oder hab ich mir das... Hm. Ich glaube, ich hab es mit irgendeinem anderen Item verwechselt, wobei ich dachte, ich hätte es schon hier drin. Gegenüber Schlauglas. Na gut, was soll's. Gibt es halt eben kein Schlauglas für Sven. Und... Ja, okay. Dann machen wir quasi folgendes. Im nächsten Part sehen wir uns dann quasi wieder in... Teak City. Also bis dahin. Macht's gut. Und haut rein.